Ich bin ehemalige Eiskunstläuferin und auch ehemalige Profisportlerin bei Holiday on Ice. Und seit dem letzten Jahr war ich bei den Pre-Games als Volontier dabei. Ich habe mich für die Tage jetzt bei Special Olympics wieder fürs Eiskunstlaufen gemeldet, weil das einfach mein absoluter Lieblingssport ist. Ich bin in der Kiss and Cry-Ecke, das heißt, die Sportler kommen nach ihrem Programm raus, gehen zum Trainer, man spricht drüber, wartet auf die Bewertung, trinkt etwas, hoffentlich wird nicht geweint, aber man ist da zum Trösten, Aufbauen, Getränke versorgen. Wie herzlicher ist es, die Freude ist einfach das Überwältigste. Bei diesen Sportlern viel mehr als bei den normalen Special Olympics Teilnehmern. Das ist wunderbar, ich kann nur jeden einladen, hierher zu kommen. Das ist wunderbar, ich kann nur jeden einladen, hierher zu kommen. Geil, Mä Karim! Musik Musik